So hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Star Wars und Clone Wars 3. Okay. Jo, ich denke wir fangen jetzt einfach mal an. Oh. Gut. Gut, also. Dir sagen, auf zur nächsten Mission, oder? Badabada. So. So. Die Waffenfabrik. Machen wir, oder? Gut. Jetzt sagen wir, schauen uns das einfach mal an. Und... Ja. Ja. Gabi, zu? Gut. Gut, also. Ich lasse mal, wie ich es auf unsere... Ah, ah, ich kann das nicht machen. Ffff, Gott, nur da. Kassel, das will die Luft rein springen. Gut, halte hier. Geh mir im wahrsten Punkt, wo du wirst, dass du... ...kommst du. Okay, machen wir mal gestern. Ähm, hab doch Kaufe ein Jaff gemacht. Oh, ich kann mir das nicht leisten. Shit. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich nix mit den... ...basen da. Ich hab keine. Ich hab keine. Ich hab keine. Ich hab keine. Oh mein. Okay, ähm... ...haha. ...haha. ... ... ... ...leiter hab ich nicht dazu, D2. Aber... ...machs einfach mal. So. Ja, tut mir leid. ...machs einfach mal. Alter Junge. Spasti. Du bist doch von mir, oder? Du bist doch von mir, oder? Ja, okay. Safe. Juhu. Ich hab mir das unter... ...das ist ja... ...freund. ...freund. Also, was ist eigentlich meine Mission? Ich muss ja mal ganz anfangen. Ich glaube, ich muss das alle zerstören. Das ist schon mal. Die erste Aufgabe. Hm. Zau. Zau. Zau, zu. Zau. ja das wird es nicht so spannend weil ich muss eigentlich nur zu stören und zu stören noch mal zu tun noch mal zu stören noch mal zu stören anschauen Nochmal anschauen Oh, dann ist er ja Lieb von euch Noch mehr Faden Dann muss ich Berschnie Das Ganze geht es so lang Weil ich weiß nicht, irgendwann was los will Und die Lust vergeht mir jetzt auch schon wieder Oh Gott Ich glaube, ich mache das dann Ja, das ist aber einfach schwierig Machen wir uns erstmal den Buben Der Buben macht mich kaputt So kann es auch laufen Bitte lasst es kaputt sein Okay Bam Und schlagen Schlagen So Okay Gut Gut Alter Ja, was auch, der bei mir wird. Ist aber... Fann. Fann vor, man hört es ja an meiner Stimme, wie glücklich sie ist und... Ja, hm hm hm. Voll witzig. Just... So, also, okay, Moment. So, los geht's, also. Jut, ähm, ich muss jetzt da... Ähm, yeah. Ah ja, genau. Ich muss die Male weg. Okay, gut. So, wie es ausluckt. Scheiße. Wo sind die alle? Nee, das hat das gerade nur so ausschaut, als ob die alle mit nacktem Oberkörper hier... ... 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 ja okay 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 das ist es nicht so das ist es optimal naja man kann nicht alles haben ja wow das bringt das auch sehr viel ähm ja ich brauche den hm gut ich brauche dich nein ach Spargo mit meiner ja 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 ich muss erstmal kurz bitte ran das ist ganz ganz dringend jetzt da ja denn da haben wir uns erst in den großen großen und schnell Ich habe Skolz. Ach, die verlieren wieder an. Die verpissen sich. Hm? Ah, danke? Gut. Ich zerbäsche euch! Doch, ich zerbäsche euch. Komm, komm, komm! Alter! Ja! Ja! Juhu! It's me, Mario! I like it, I like it! Aha! Okay! Ja! Moment! Wer ist da? Oh, nein! Hm! Das ist mir peinlich! Das ist mir peinlich! Ja, ich will jetzt! Danke! Bald habe ich es geschehen! Oh, ich will! Oh, ich weiß nicht! Oh, ich weiß nicht! Okay! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Sehr. Okay, so wie es jetzt ausschaut, ach ja, wie genau, ich hätte das so gleich zerstören können. Okay, komm, ja, wo hätten wir uns auch nicht verbracht. Oh, kaputt! Okay. Ja, ähm, was mich jetzt gerade ein bisschen betrifiziert, ach so, ja, klar. Ich mag das Ganze stören, dafür bräuchte ich aber, jetzt, ach, es kommt doch der Sache ganz schön nach. Das kann man ja nicht tot machen, genau. Ah, gut, ist auch ganz schlecht. Gut, das gehört mir nichts. Aber dafür belong this to me. Genau, okay. Und unser Geschütz. Und deshalb bräuchte ich... ... 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